willkommen zurück zu skywim weiter geht's ja wir sind jetzt hier markt man sieht so ich will mich nie wie sich zurecht weil ich hier oben irgendwo ist eine andere quest nehmen wir sind die durch quest quest ist ein alten hat antworten genau da hat sie antworten ist er da oben sagen auf zu zerstören macht man das jetzt erst mal hier so viele quests und quest reihen hier in skywim das wahnsinn mit der menschen kommen noch ein neuer zu einer maschen gehabt ganze quest reihen ist das quest gebiet ich muss sagen in der zeit wochen flasche in rüftern war so ein paar räume gab es vorher nicht ich habe euch gesucht ich habe euch bereits gesagt dass ich keine wachen mehr einstelle warum wollen mich immer alle davon abhalten meine forschungen zu beenden idiot wisst ihr überhaupt wer ich bin der angesehenste gelehrte auf dem gebiet der drehen wir in ganz tamriel und ständig kommt jemand und stört weil du scheiße bist es tut mir leid ich habe mich ein wenig in rage geredet ich bin in mitten einer sehr anstrengenden arbeit und ich hätte euch nicht anschreien dürfen wie kann ich euch helfen ja begold dass ihr fachmann für die alte feiner sprache sei dann seid ihr gut informiert ich stehe gerade tatsächlich unmittelbar davor mein hauptwerk zu diesem thema abzuschließen ich nenne es kaltselmoos handbuch zur fall mehr sprache es wird unser verständnis dieses alten volkes revolutionieren sie einmal einen blick auf eure arbeit werfen für diese forschungsarbeiten habe ich mich jahrelang in einigen der gefährlichsten wemer ruinen in himmelsrand abgerackert ihr müsst verrückt sein wenn ihr glaubt ich würde sie jemandem zeigen bevor sie abgeschlossen sind ein großer bewundere eure arbeit ich weiß eure gefühle zwar zu schätzen aber ich muss dennoch ablehnen da ihr meine arbeit werdet ihr sicher einsehen dass meine forschung geheim gehalten werden müssen wie sie das denn das verlangt ihr mit ihr eure meinung ändert ich weiß ja nicht mit wie vielen gelehrten ihr umgang pflegt aber ich kann euch versichern dass persönlicher wohlstand nicht zu unseren prioritäten zählt ich werde das buch dass wir auf das kleinste zeichen die gesamte stadtwache von marka zu hilfe diese vorgehensweise solltet ihr besser noch einmal überdenken sonst findet ihr euch auf dem hänkers block wieder gestern komme ich später wieder wenn meine forschungsarbeiten abgeschlossen sind fällt es mir sicher leichter über meine ergebnisse mit euch zu diskutieren museum ok wo ist in seinem museum ach die schlüssel hat nichts vom punkt bemerkt sehr schön als sie alle umgedreht so auf zum museum moment das museum darf ohne erlaubnis des hofzauberers nicht betreten werden wir wollen wir nicht hinein niemanden hinein lassen wird er leitet das museum er stellt die regeln auf habt ihr ein problem damit dann sprecht mit ihm ihr findet ihn tagsüber vor den ruinen einfach den tunnel herunter speichern speichern ich bin doch einmal sicher gehen im namen des jahres keine bewegung kluger man jetzt kommt mit zum schloss wir nehmen euch etwaig ist die bis gut ab dann könnt ihr wieder gehen sobald ihr wieso dann schlüssel was soll denn dann ist es der falsche will ich da rein na verkehrt oder nicht ich würde gerne sehen wie die sturm wendel ein drache hat künishain angegriffen jetzt ohne probleme was soll und dann ab in dies was soll denn er wollte die frage sagen aber der 1905 jahre wege rein und durch jetzt ein ding ja denn das hat erstmal muss die erlaubnis von ihm haben schön ja ich waschen drin ja 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 einfach hat gesagt dass euch das museum gehört ich lasse euch hinein wenn ihr dafür etwas wenn ihr euch um die ausgrabungsstätte als auch in mein museum was sagt ihr ich bin nicht so gut wie tot hier ist der schlüssel zur ausgrabungsstätte ja auch wiedersehen jetzt für den buch berge wenn sonst so möchte nicht an Gehen wir mal da hin. Ja, das ist aber gehört. Was ist denn das wieder? Nein, sie gucken, was sie wieder ist. Das sagt ein Kroneblatt nicht. Ja. Ja. Deswegen, ja, auch mal ein paar beenden hier. Marklosen Rubin, Silberwaren steht noch genau. Die Fische, der mal wacht, der ist doch. Lass mich weg, sonst komm ich durcheinander. Jetzt komm ich durcheinander. Ja. Ja, sag ich auch. So, da oben. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Ja. Es ist so lange her, dafür mal gegen eine ganze Liebeswand. Auskommensstätte. Genau, machen wir sie eben Platz. Die kleine Spinne. Die kleine Spinne. Die kleine Spinne Fridolin. hier ist verkehrt. Hier ist verkehrt. Es ist nicht allzu lange dauert. Dann machen wir das noch eben in der Folge. Fertig. Sacke Heilung. Ja. Äh. Nee, ich bin nicht runter. Ah, hier ist ein Weg. Ein Weg für die geplagten Seelen von Markard. Die keine Ruhe für den Erhörschnaub. Ähm. Hä? Soll er hier lang. Hallo, Spinnis. Ah, jetzt brauche ich nicht. Hm? Ja. Frostbissgift. Lassen wir. Hm? So. Eine Grippe. Alles klar. Ah, hier geht's nicht weiter. Hä? 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 Da ist in der... Ach, hier geht's weiter. Ach, der ist er noch. Nimm'e. Ne? Ne? Ja, guck mal, was hier oben noch ist, ne? Das schmeißen jemals Glätte um sich. Vergrauenhaft. Aletius. Die verschollene Expedition. Äh, nö. Sachen sind scheiße. Mal gucken, was hier hinten ist. Nur ein Zähl. Ach komm, als er gucken wir noch. Das will ich nur gerne wissen, was hier ist. Woher will ich mich beenden. So. Öh. 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 Das war gut. War mehr. Was auch so? Ja, genau. Oh, kann man mit dem genau. Schluss gibt es eine rechte Kunde behalten. Ich habe schon mal gesehen, ja. Ja, mein ja. Hallo. ich nicht so tief und hier weiter ist nichts mehr ja ja ein bisschen wert aber lassen weil ich so achte ist er doch bei wagen gold wir sagen sieben uns unterkünfte und noch mehr hier muss für die nächste folge ist besser sehen wir uns die nächsten folge von skyrim ein schönes